Wir diskutieren, akkurat, wie sich das gehört, über diverse Themen, die hier zum einen aus dem Büro kommen, die aber auch von euch kommen dürfen, wenn es Leserbriefe gibt, wenn ihr Anregungen habt, die könnt ihr auch gerne mal per Post schicken, schickt sie her im Impressum auf joyce.de, gibt es die Adresse, dann kommt das hier rein. Wenn es, es sind meistens so, wie hast du es genannt, Dilemma-Fragen. Ja, zum Beispiel. Was war zuerst da, das Hund oder das Ei? Zum Beispiel, genau. Oder einfach so getroffen. Ideale Frage, darüber diskutieren wir dann, das wird protokolliert, das wird aufgeschrieben. Alle Argumente, die wir hier nennen, die ihr auch nennt, werden hier festgehalten vom Protokollanten und am Ende fällen wir eine Entscheidung. Da steht dann, da ist die Lösung, die kommt hin, so ist es dann auch, das wird von uns unterzeichnet, abgestempelt, abgeheftet in diesen Hefter und dann ist es Fakt. Dann ist es gesetzt und gesetzt und das ist eigentlich zur kurzen Erklärung die Sendung.